So, hallo Leute, willkommen zu meinem Let's Play, und zwar Track Mini Next Forever Wir spielen hier einfach nur ein bisschen Spiele, wo man da einzelne Levels freischalten kann Und beim nächsten Part kommt wahrscheinlich dann der Online-Modus Freue ich mich jetzt schon drauf Hiiii Finde ich ganz wunderbar Boah, das ist schon wieder so so laut Ach, damit nicht Na dann nochmal Boah, was ist das denn hier Alter, 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 Alter Hoiiii Mondi, ich bin ziemlich verar screen Okay, ich bin sehr gut, ich bin iding server� crate geiler, ne? Ja, find ich auch. Wunderbar. Also ich spiel das jetzt nur als Einstieg. In Wirklichkeit wollte ich eigentlich den Online-Modus beginnen, aber da ich... Ich muss ja erstmal mich anmelden, da hab ich grad keinen Bock zu gehabt. Ich war einfach nur spät. Äh, verfordere ich jetzt die Gold mit da... Und nochmal. Oh, ne? Genau. Was all the king, ne? Was ist das denn? Oh Gott. Ja, wunderbar. Du kriegst zwei Medaillen. Geil, ne? Akrobatik. Wunderbar. Äh, ich hab jetzt meine Serie 12 und das Spiel ist der absolute Hammer. Für den F5 von Brock Lesnar mal richtig Hammer. Geil gemacht. Und... ... 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